Musik Der Schweinbraten und die Polenta sind fertig. Liebe Freunde, ihr seid zum Abendessen gern zu mir nach Hause angeladen. Hallo, nehmt hier Platz. Guten Appetit. Schmeckt sehr gut. Entschuldige, das ist Fleisch? Ja. Was für ein Fleisch ist das? Schweinfleisch. Entschuldige, aber die Muslimen essen kein Schweinfleisch. Es tut mir so leid, das wusste ich leider nicht. Ich lade euch alle zu mir zum Abendessen ein. Juchu! Geht ihr dann! Willkommen im Neuen Osten. Es ist fertig. Brot, Rinderfleisch und Hummus. Mh, köstlich. Mh, tut mir leid. Was ist los? Warum isst du nicht? In Indien isst man kein Rinderfleisch. Mh, köstlich. Mh, tut mir leid. Mh, tut mir leid. Was ist los? Warum isst du nicht? In Indien isst man kein Rinderfleisch. Super. Wir kommen gern. Mh, tu. Ihr seid alle willkommen zu mir. Mh, tu. Mh, tu. Unsere Spezialität ist Curry-Hähnchen. Mh, tu. Guten Appetit! Was ist los? Es ist zu scharf. Lecker, aber ja zu scharf. Brennt. Aber wir essen sehr gern scharfes Essen. Möchtet ihr vielleicht einen Tee? Schmeckt gut. Ja, super! Ja, super. Wir sind alle unterschiedlich und arziehartig. Trotzdem, wir lieben und haben gegenseitigen Respekt vor allen Kulturen. Juhu!